Musik 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 Jetzt werden MP cool, obwohl, nö, ist noch weit genug. Musik 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 So Ich hoffe, wir kommen nicht soweit. Lass haben wir gleich ein Problem. pass auf da ja ja er hat mich glaube ich nicht auf dem schirm ich komme an die oder einmal habe ich gut und wasen hier ich traue mich nie raus schießt gerade auf dich bin unterwegs bin unterwegs ja man ja immer mit der ruhe na super das war echt gute hilfe schieß jetzt schießt er sich oder wartet auf uns ist die golden hier mein weg es ist egal ja entscheide ich mach du zuerst das ist keine gute idee die handfeuerwaffe ist wahrscheinlich nicht geladen oder ich weiß noch nicht warum die die jetzt genommen hat die 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 git hat mich ausgenutzt kaum nicht lang schnacken schuss in den nacken was ist das ist eine waffe und magazin k k schießt kann ich nicht schießt ich kann nicht, ist rot schießt ich kann nicht schießen, so lange du da sind schießt kann ich nicht warte mal, ich kann da stoß warte 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 jetzt sehr gut das kann der nicht überlebt haben ne das so aus dem hals ist auch nicht gesund bei bei habe ich hätte keine granatwerfer k motorrad dachte ich auch erst doch ist auch so wie hießen sie nochmal kawaiyashi keine ahnung ich habe es vergessen ich habe es vergessen Cool I'm flying Schade, dass wir sie langsam sind Also wir haben aber nicht vonfahren können Wir müssen da irgendwo abflürzen Dann müssen wir hier wegkommen Hier links Vielleicht hier so? Ne Ein bisschen hin und her fahren Mach ich ja Ich treffe dich zu sehr Oh 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 Jetzt habe ich Mist gebaut Oh oh ich habe Mist gebaut Ich stecke fest, ich stecke fest Ich stecke unter einer Brücke Oh nein Warum machen die so Sequenzen Gehört zum Spiel Sehr gut, das hänge ich fest Ich versuche so weit wie möglich zu kommen Mach ich Das Problem ist, da sind sehr nah dran Aber ist es platt Ja Ich bin erschossen worden Ich weiß nicht ob ich in die richtige Richtung gefahren bin Oder ob ich denen entgegen gefahren bin Schön Woah Ohah Oh 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 Und jetzt drauf und die Leute abballern aus der Luft. Was ist das? Jawoll. So mag ich das. Da rammt die mich einfach weg. Habt ihr das gesehen? Die will mich opfern, damit sie da rum guckt. Ja, ja. Oh. Ich dachte, das war was granatiges. Was granatiges? Hat man bumm gemacht, ja? Ja, ich merke. Boah. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ey, was fahren die denn alles hier aus? Ey, das ist ja rein zu Wahnsinn. Wo kommt das alles her? Ich hab keine Ahnung, wo ich mich dagegen machen kann. Ah. Soll es das grad so sein? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, dass es geht gleich drauf. Oh. Mierda, die Explosion! Was denkst du? Geh zurück zu Leo? Wo bist du denn? Ich häng fest. Und da du nicht in meiner Nähe bist, werde ich jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Das ist ja gar nicht, wo du bist. Ah, super. Ich weiß nicht, wo du bist. Das schaff ich nicht. Ich bin am Titten wie ein Irrer. Oh. Soll es so sein? Nein. Soll nicht so sein. Das ist aber schwer. Ich hab jetzt alles gespeichert. Wo ist denn Leo? Ah, jetzt komm ich alleine raus, oder was? Ah. Was denn das? Gerade eben kam ich nicht alleine raus. Bist du mir ausgeliefert? Oh, wow. Das ist natürlich sehr einfach zu schießen. Ja, ja, weil ich so gut fahre. Wir sind gleich kaputt. Ich bemühe mich schon. Immer noch? Ja, ich bemühe mich immer noch. Nein, ich mein jetzt das Auto. Leo, destoie das Auto. Ja, das ist das, was ich spreche. Jesus, wie viele Drugs sie haben. Komm, Vincent, geh schneller. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Guten Tag, Sucker. Hell, ja. Wir fangen jetzt auf die Flanke. Was macht er denn jetzt? Komm, rüber, rüber, rüber. Sehr gut, ich habe x statt a geduld, hat trotzdem funktioniert. Oh nein. Was machst du? Ja, der hat sich da drauf gestellt. Komm her, komm, schnell. Rechts, rechts nicht, rechts, rechts. Ach nein, das kann ich nicht. Ach, das kotzt mich schon an. Ist doch nicht schlimm, gib Gas, komm. Noch schützt das Flugzeug auf der Bahn. Gib alles, du schaffst das. Jetzt schnell, schnell. Ja, was soll ich denn dann drücken? Damn. Das ist doch scheiße. Ach, shit. Wie gesagt, der auch. Gib mir die Antwort. Ja, ich finde das nicht lustig. Das ist total schwer. Ich glaube, das ist doch nur ein Spiel. Also, ich muss schießen. Ich schieß doch die ganze Zeit. Ich muss Gas geben, sehr gut. Okay. Oh, es geht los. Oh, es geht los. Oh. Jetzt aber. Pass auf die Schöne. Ich muss gleich A drücken. Ich hätte es gerade A drücken können. Jetzt jawohl, sehr gut. Da. Also, fein macht. Da. Das ist dicht. Das ist dicht. Das ist dicht. Das ist dicht. Ja, ich bin gut. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. Vincent, you're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now. Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. Alright, then. Was that for a brief? Liebesbrief. Oh. Liebst du mich? Ich liebe dich. Oder vielleicht auch nicht. Ich mach ein Kreuzchen, wo es gefällt. Dann wirst du mir zugestellt. Oh Gott, ey. Ja. Ich bin gut. Dann zieh dir mal den Fallschirm an. Ja. Wir sind noch da? Ja. Ja. Da wartet doch sicher wer auf uns. Unsere Mamis? Ich denke eher unfreundliches oder freundliches Wachpersonal. Müssen wir jetzt wieder ausbrechen? Hm. Schade. Gib mir eine Wumme. Ich regel das. Na ja, auch wenn sie vorher keine Verbrecher waren. Jetzt mittlerweile haben sie Polizisten und alles Mögliche umgebracht. Na ja, wir haben Polizisten wustlos geschlagen. Aber ja, wir haben es jetzt nicht vereinfacht. Ach, die war bei der Polizei? Wahrscheinlich. Oh, hat er ihn betrogen? Oh. Alle, schau mal auf. Oh, war der Polizist. Oder hat ihn verraten, also verkauft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. It's over. You're under arrest, Leo. 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 Vielen Dank.